hallo und herzlich willkommen zurück wir haben wieder einen angriff ich weiß nur nicht von welcher richtung aus von da aus eigentlich wollte ich gerade die werkbank umstellen und da sind die explodierenden kommt schneller laber nicht willkommen ja dann schießt die einmal an dann müsst ihr hinten explodieren nein dann kommen die ja nicht hoch du machst das gut schatz jetzt fängt der sachs sich auch noch ein ich dachte aber eigentlich das wären mehr waren drei explodierende weil die die base explodieren lassen ich gehe wieder rein nämlich hier und seine pallbox noch verbessern bälle habe ich ja stimmt die mission ist jetzt zu ende dann verbessern wir einmal dann müssen allerdings noch mal eben betten stellen bevor wir losgehen so warum lauft ihr hier nicht einfach mal so ich kann das jetzt auch nicht bauen weil die wieder so jetzt sind sie weg okay das ist etwas jetzt stellt er sich wieder genau in den weg rein die weg da die stellen sich nur in den weg sobald du irgendwas bauen willst habe ich das gefühl ja hau ab pinguin geh weg ich kann trotzdem nicht bauen oder was auch deswegen haben wir hier auch nichts aber wir haben noch trick 17 dann mache ich das selbst das geht jetzt nicht hallo das ging immer sag mir nicht das ist wegen dieser dämlichen pallbox hätte ich das vorher gewusst hätte ich auch komplett anders dahin gestellt aber die steht auch ziemlich bescheuert da wirklich ja aber ich verstehe auch nicht guck mal hier das ist bis hier vorne gebaut das ist in ordnung aber wenn du daneben treppen bauen willst das ist dann wieder nicht in ordnung das ist total bescheuert ich habe doch extra ja ich bin so doof ich habe doch extra die eine geholt wo sind die jetzt die geht direkt schlafen oder was willst du mich veräppeln hallo du sollst nicht schlafen du sollst uns bälle produzieren blöde kuh ach so diese katze die wir hier drin haben ich dachte immer die macht diese beutel die macht gold die die hier rumläuft diese katze die wir eingesammelt die ich eingesammelt hatte in dem dungeon die macht gold die produziert vier gold jedes mal in so ein päckchen ja ist jetzt gerade wird jetzt gerade tag brauchen wir nicht mehr zu überspringen ja dann können wir gleich losgehen wo wolltest du jetzt hin das ist ach so da kannst du jetzt noch nicht hin ins kleine dorf noch ja kleines dorf kommst du nicht hin dann geh mal zum hochland der gras riesen dann gehen mal dazu fuß sind das ist ja unten hier hier sind auch wir brauchen noch die drüsen lass uns die mal kaputt machen mir wo ist denn der bogen jetzt wenn ich nicht nah genug krank komme meint sie die feuer selbst mit dem dreier kriege ich die nicht getroffen willst du mich verarschen oh hier ist der boss pass auf wo du hinschießt ja wegen den drüsen wollte ich dir eigentlich haben noch ganz nicht mal blöde viecher wir müssen ich noch mal gucken warte mal wir müssen den weg weiter x gekriegt wenn sie die feuerdrüsen doch naja sind aber alle vier jetzt abgehauen ja also zwei habe ich erwischt weiß nicht wo du bist jetzt immer noch nicht ich stand neben dir da musst du mich ja sehen wir müssen zu dem platz gehen wo ich meinen lager habe auf dem privaten stand hier wo hier sind die hörscher zwei stück ich brauche neu also ich brauche ich hab noch gar keinen deswegen sagt ja ich dachte du hättest einen nämlich schon deswegen sag ich ja warte mal einer ist 11 einer 10 wird auf den linken gehen wobei die beide angreifen nämlich an alter erstellt sich genau da vor wenn ich schieße wieso hat er jetzt eigentlich die bessere gespielt hast du ihn wenn du die aus willst nimmt der die andere so warte mal hier ist auch noch eins von den füchern ich hab getroffen ich hab getroffen ja ihr könnt weg laufen genau moment laufe ich jetzt ja doch hier immer geradeaus hier hoch da ist einer aber das ist einer von nicht kaputt machen bist du bescheuert ja der ist tot ja das ist ein anderer aber der ist auf jeden fall vielleicht sind die abwechselnd hier oder so ja aber hier müssten noch mehr sein aber es kann sein dass hier auch wilder sind ja jetzt auch noch mal so grüner wenn du dir jetzt ein blauer ja ja komm ich halte den auf ja den habe ich ja links sind zwei wildschweine pass auf die werden aggro ich gehe auf den grünen links oben ist noch ein gelber rechts von diesen zwei ich muss dem anderen in die andere richtung auf einem teil ja einen habe ich andere haut ab macht aber ganz schön schaden oh ne ich helfe dir warte mal nein nicht dahin oh was ist das für ein idiot man nein wieso kann ich das kuh nicht werfen man jedes mal geht er in das cape rein das cape ist komplett weit von kuh entfernt stress hast du dir das elektro ding bekommen also so ein gelbes habe ja und ein wildschwein ok aber das zweite wird schon habe ich nicht ja das zweite sie tot ich weiß nicht warum das hast du wahrscheinlich jetzt umgebracht ich bin schon wieder das ist nicht normal ich würde sowas nie tun ich würde keine Tiere aufbringen ja warte warte nicht weg laufen hier unten ist das dorf glaube ich gewesen hier unten ja ich weiß ja dann komm hier ist ein schnellreisepunkt ich weiß ja dann komm nein du kannst auch mit den leuten reden aber irgendwie die geben dir nichts und so deswegen da ist allerdings ein pokemon händler drin äh ein pal händler drin wieso habe ich jetzt das dorf entdeckt obwohl ich ja schon durchgelaufen bin und das schon aktiviert habe was ist denn das ähm das nur den typen hier vorne den darfst du nicht angreifen ja ich weiß es das ist den darf man nicht aber der händler ist hier ne ja ja der äh hinten geradeaus ist glaube ich der normale händler und äh rechts meine ich ist der prallhändler hier war ich privat drin ich war total happy ich war happy ich fand das toll wo warst du privat drin ja hier in der gegend in dem dorf ich kann überhaupt nichts kaufen weil ich kein geld habe ja du sollst ja auch nichts kaufen also ich habe geld dabei ich habe immer geld dabei ich würde dir auch raten immer mal was mitzunehmen aber äh die wichtigen sachen die guten sachen sind 4000 dafür müsste unsere sklave noch ein bisschen arbeiten wobei mit den sachen die wir drin haben haben wir etwas über 2000 glaube ich bin nur mal hier oben mal gucken ob hier noch welche sind hier sind aber auch öfter mal ähm wilderer hier kann man ja sag ich doch da brauchst du aber so 4000 für ja aber ich habe glaube ich alleine 10.000 irgendwie deine kiste gehabt also in einer kiste von uns wo ich auch geld reingetan da waren etwas über 1000 drin oh hier ist noch was grünes hier wollte ich eigentlich nicht hin ich wollte eigentlich nur gucken ob hier ein paar pals rumlaufen aber was würde ich einsammeln darf ich nochmal ausreden und dabei zu mir kommen ich gebe ich hole mir erstmal das ei hier oben das ist oben auf dem ja das ist aber normales ei nein das ist ein Ei zum ausbrüten jeder schon wo bist denn du jetzt jetzt läuft aber falsch rum ich stehe hier hinten wenn du das brühen und die Statue einsammeln willst wo bist du denn da wo ich hüpfe naja sehe ich nicht naja musst du mal auf die karte gucken oder einfach vor dich dann siehst du meinen Namen ja du bist ja aber ganz woanders du bist ja hinter mir und bist du eigentlich 14 und ich noch 13 ne ich war vor dir dann hast du dich irgendwann umgedreht und bist zurückgelaufen ach ja ach hinter uns sind die Wilderer da sollten wir aber auch mal hingehen da sind nämlich noch Pokémon die gefangen sind dir kommt gleich was entgegen ach das ist oh die brauchen wir die brauchen wir oh nein wieso klettert die blöde Kuh nicht keine Ahnung wo du bist kletter wo ist kletter und wo das grüne ist kletter fixi dich brauche ich du machst nämlich ganz viele Palbälle ich will auch nicht fixi weil wir das nicht die andere hier ist bist du hier die läuft hier runter ja aber ich scheuche die ein bisschen hoch ach nee dein Ernst jetzt wieso macht der so viel Schaden war das dein Begleiter jetzt oder nein mein Bogen manchmal macht er nur zwei runter und der hat Level 4 eigentlich ja also hier unten wo ist die Statue da unten ist das grüne da musst du dann von hier oben ach ich back hier schon wieder an dem Stein ah pass auf hier oben ist der Boss gerade gespawnt warum der jetzt hier oben ist weiß ich nicht warum ist da ein Boss Symbol drin ja das ist aber kein Boss ja es gibt die gleichen auch ohne Boss Symbol das weißt du wo denn welchen meinst du denn ja den grünen hier ach der ach so ja das ist doch der ja ja warum der aber hier ist weiß ich nicht wir sollten mal ein bisschen vorlaufen weil wie gesagt da sind die Wilderer die haben noch was gefangen meine ich da hinten wir haben noch vier Minuten hier ist noch einer Elektro nein lass deine scheiß Pfeile weg äh wirst du wahnsinnig nicht kaputt machen super du lenkst mich ab damit du immer die schönen Kisten lupen kannst danke nein ich hab das nur oben links ist noch ein Ball du kannst nicht mal du kannst nicht mal links 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 du kannst nicht mal was waren die nicht hier ach wir laufen jetzt auch in die andere hier rechts ist noch einer lass mich den holen hallo guten Tag ich geh jetzt über die Brücke und springe dann da runter ja aber da sind Wilderer gewesen am Ende der Brücke da war ein Lager ja da ist es auch musst du aufpassen ich glaub die haben Maschinenpistolen gehabt aber hinter uns müsste eigentlich auch eine Bande gewesen entweder hatten die kein Lager das kann natürlich auch sein äh oder wir sind jetzt in die falsche Richtung gelaufen das ist das Lager ein Stück zur anderen Seite oh ne da ist ein Tor da kommen wir gar nicht durch nein das ist doch viel zum Befreien oh das ist ein rotes das ist cool das ist grün mit rotem Kopf irgendwie aber das will ich befreien ich helfe ihm über den Weg ja dann hast du den auch gefangen denk dran ach so eins das hatte ich noch nie scheiße warum ist der jetzt rausgegangen die guckt so traurig die guckt so traurig jetzt hab ich es natürlich nicht bekommen ich weiß nicht mal wie es heißt ach ich kann sie ja raus stellen dann kannst du sie haben ne dann gehört sie uns zusammen aber das könnte sein dass sie dann bei mir auch registriert wird so jetzt trotzdem mal eben warum ist der jetzt ich hätte lieber hier den Hirsch dass ich den raus lasse und nicht den kleinen der stand jetzt auf dem falschen Grad ist hier oben eigentlich was da habe ich gar nicht nach hier ist ein Ei da hinten ja hier wie bist du da hochgekommen ach so hier links rum ne doch doch da kannst du boah ne da komm ich ja hier gar nicht doch hier ist es ach du Schinder ja das kannst du ja mitnehmen aber das ist gut dass ich jetzt weiß wo es ist vor allen Dingen das ist schwer deswegen kannst du das mitnehmen ne das ist nicht hier sind Affen Tansi Tansi komm her nein warum macht er das immer mit dem Pogen oh oh hast du jetzt mit ohr gemeint dass der tot oh hier ist ein Wolf pass auf nein wieso ging das nicht nein nein bleib stehen boah äff dich doch Mann wieso sehe ich dich nicht wieso stehe ich hier mitten in dem blöden Wald drin jetzt ist der in dem stein willst du mich frei hast du nur hin hast du nur hin es wird auch nicht besser wenn du mich fragst ich habe zwei gefangen an der Zeit wo du noch niemals einen hin gekriegt das wollte ich dir nochmal sagen auf dich doch dümmerig wo bist du denn überhaupt da oben hast du jetzt echt schon einen Wolf gerade gefangen ne oder zwei zwei waren hier noch wie willst du denn zwei auf einmal fangen da oben ne das ist warte doch das ist der Boss was für ein ja da mit diesem Boss Zeichen dran da geh ich nicht ran er weint da da mein kleiner Igel mein kleiner zwei kleine Igel rechts links ich nehme den rechten nimm du den linken komm her hier den Berg runter der ist links runter der andere oh bleib stehen genau so ist brav so ist brav ich will nicht zu feste zuschlagen sah gut aus ja komm 100% komm mach los ja sehr schön der hat diesen geilen Angriff hast du den gefunden ja was ist denn mit dem Ding los oh scheiße hallo bleib doch mal stehen ja dieses Alpaka Ding aber hier war ich noch nicht aber haben wir hier noch einen Wegschreiben irgendwo oder so einen Wegschreiben Moment Moment ich muss mal einmal auf eine Karte gucken äh ich sehe keinen gerade uuuuuh äh rechts von achso ne warte mal ich sehe auch keinen ja 290 in die Richtung der wäre dann aber unten auf der Karte das wäre dann noch ein Stück laufen aber hier sehe ich jetzt tatsächlich auch aber hier müsste doch mal bald einer kommen warte was ah hier liegen Pfeile bist du noch hier in der Nähe komm mal hier hoch ich weiß nicht wie tief du da bist ja ich brenne oben um den Fels rum achso dann komm mal auf die andere Seite vom Fels da ist übrigens auch noch was zum einsammeln auf der Gegenseite hier da sind noch zwei Sachen zum einsammeln doch dahinten ist glaube ich auch noch ein Wilderer in die Richtung wo du jetzt gerade von kommst und da oben ist noch eine Chester oh da oben ist auch noch ein Ei hier oben grün ist sogar das habe ich noch nicht was sagst du jetzt links von uns ist was eine grüne Statur und rechts von uns ist eine grüne Statur wieso kann man jetzt hier hochklettern wo siehst du die Statur ja die sind ein bisschen weiter da müssen wir rüberfliegen zum einen weiß ich das und zum anderen habe ich die jetzt eben gesehen die Frage ist jetzt nur nach links komme ich ganz gut rüber nach rechts müssten wir dann danach wo bist du denn jetzt ach du krabbelst von da unten oh ich hoffe das reicht mit meiner Ausdauer bitte 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 ja perfekt Liefmunk Statuette hi Schatz kommst du auch mal? du hast ja oben auf dem Berg das war ja einfach du hättest ja mit rüber kommen können wo waren das andere hier hier beim grünen Bereich glaube ich oder? versteckt das findest du findest mich nie wieder da hinten sind Jäger musst du aufpassen du weißt schon dass ich deinen Namen sehe wo hast du denn die andere gesehen du hast einfach da ja ich meine hier beim im grünen Bereich war das Jäger oder Wilderer was hast du denn jetzt hier? äh ich glaube ich muss auf die Seite so bin ich ich bin nämlich von unten hoch gekommen äh Jäger ja also Wilderer was auch immer links äh geradeaus waren die aber wir wollen uns ja dieses Starttool holen war hier nicht auch noch ein ich wollte nur sagen hallo wir hatten einen Termin und er ist schon drin ja lass uns die grüne hier noch kurz da oben die grüne noch kurz holen hier bei den Bäumen ja warte ich schreib mir kurz dann können wir auch direkt wo bist du denn jetzt? bist du da unten? bei den Bäumen? hier wo es grün ist ja du siehst mich doch hier hoch kraxeln äh du siehst mich doch hier hoch kraxeln ja hier ist ein Baum davor oh 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 das war knapp nein oh ach du bist direkt hier drauf ach da unten sind Palzferen ja und wo ist das? ja hallo hier oben oh oh das war knapp hallo ich komme nicht da hoch was macht ihr hier? ich bin hier glaube ich hochgekrabbelt und da vorne also ich kann dir nur empfehlen mit dem Pflug äh mit dem Pflug ja wie heißt dann hier keine Ahnung in irgendwas ähm wenn du den Sättel hast da siehst du die Dinger so gut aus der Luft das ist einfach genial ja aber wo bist du denn? nee oder habe ich den Sattel jetzt mittlerweile freigeschaltet weil ich konnte den noch nicht machen äh ich auch nicht aber der war auch noch nicht freigeschaltet weil wir da unten sind noch warte mal ich suche aber wir haben hier keinen wir müssen hier zurück erstmal hä er zeigt den gar nicht an ja ich wollte unten die Bälle noch kurz einsammeln und dann wollte ich die Folge soweit beenden aber ich sehe jetzt hier hä? ich hab den doch ich hab einen Pflug den gefangen definitiv und ich meine ja das ist auch der gleiche den wir schon mal gefangen haben wieso sehe ich den dann? ach doch hier Level 15 ja ich kann den noch nicht machen ich kann den erst beim nächsten Level machen so haben wir die auch nochmal eingefangen wo ist denn der Epp jetzt schon wieder unterwegs? der hat noch so einen kleinen Igel gefangen ah und hier ist so eine Statue komm mal zu mir hier ist noch eine ach so du bist woanders ja warte ich dachte eigentlich dass wir zum Termin müssen deswegen ja ja müssen wir auch hier oben ist übrigens die Mine die muss ich noch auf der Map markieren eben warte ich weiß nicht genau wo die Statue ist ach so die von der du gesprochen hattest warum kann ich hier nicht hochkraxen ja ja wo man direkt reingeht in so eine Mine der hat es mir auch angezeigt aber ich dachte hier wäre auch irgendwo ein Wegschrein gewesen hier ist auch nochmal ein blaues aber du bist unten ne unter dem Ding da ja und da ist grün und blaues hier also ich hab ja du sollst sie auch nicht verkloppen ach da oben wo das leuchtet da kannst du dann direkt hin porten oder wie ne das ist kein port oder oh warte mal hier unten ist noch eine Kiste ja genau die Kiste und äh hier hinter auf der anderen Seite ist die grüne von dem Berg wo du da gerade bist nein nein da ja doch da wo du bist oder nicht nein nein da hinten wo ist denn da hinten da wo ich hingucke in die Richtung ja genau ich seh doch nicht wo du hinguckst weiter 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 ach so hier oben das Ding drum meinst du ja und hier oben ist ein blaues Teil noch ich weiß nicht ob das müsstest du ja auch noch kriegen ja das leuchtet ach so ja zum einsammeln ach das hat so geleuchtet und ich hab den Wegschrank gefunden der ist hier oben verlassene Minen ok aber wie kommen wir da hoch oh shit das ist ganz oben wie komm ich da hin ah das ist Tag 18 vom Schiffbrüchigen ich geh in verkehrte Richtung warte mal dann mach ich mir hier ne das bist du schon wieder dann mach ich mir hier ne Markierung hin äh E mit Marker wieso und ich kann nämlich nichts da reinschreiben du kannst das dann sehen in der Aufnahme ich kann ja nichts reinschreiben aber ich mach mal so Minenzeichen da rein das sollte dann ja eigentlich äh ausreichen wenn ich jetzt da reingehe ist das Zeichen nämlich da drin ich würde sowieso sagen ich hoffe ich bin nicht zu voll dass wir dann in der nächsten Folge mal gucken dass wir die ach so Moment du hast gesagt da ist noch ein Wegschrank hier ist noch dieser blaue willst du den noch fangen oder hattest du den jetzt gefangen nein ich will jetzt keinen mehr fangen ich bin immer verkehrt äh du hattest aber gesagt die sind oben oder also der ist oben der ähm nein der Wegschrank ja keine Ahnung ach so der ist ne warte mal nein der ist nicht hier der ist ein Stück weiter links wenn du da durch gehst und dann hoch gehst quasi ja eigentlich ist er auf der anderen Seite hier ne ne weil der wird ja auch angezeigt aber der ist halt ein bisschen weiter weg und jetzt auf da wo du bist nach links äh zumindest da wo dein ach so du bist da am Klettern deswegen äh ich glaube hier liegt eine Leiche ach so ich habe keine Fackeln mehr jetzt da drin oh wegen dem Bogen hol den Feuer raus den Feuertyp dann macht Licht äh den habe ich glaube ich gar nicht dabei ja Mist den wollte ich eigentlich mit ins Team nehmen den habe ich aber vergessen rein zu tun äh das ist natürlich wieder super wie ist das denn hier überhaupt ja aber ich muss da hoch hier ist ein Wildschwein das ist ganz wild auf mich das glaube ich dir lass es aber machen ich sehe nichts ich habe den ich habe den Wegschrei gefunden da ist auch nochmal eine Statue und ein oh was ist jetzt los ich habe mal den Bogen raus gemacht so äh irgendwo da oben ach wieso kann ich nicht laufen das ist die Kirche hier sind wilde oh was ist jetzt los oh oh nein man geh doch einfach zur Seite was ist daran so schwer ja toll jetzt ist hier ein Wildschwein gewesen hat mich angegriffen und ist despawned irgendwie keine Ahnung ja muss ich das verstehen ja wir haben es gefunden komm mal mit hier hinten hin hier ist noch eine grüne hier ist noch eine grüne Statue und das Wildschwein ist auch hier Schnellreise und das Wildschwein läuft ja auch die ganze Zeit rum hier komme ich gar nicht rein ach so war das nicht die Kirche hier ja danke vielen Dank ja ich habe immer noch keins hier guck mal hier hinter ja das kann ich dir geben ja das wird nicht für mich registriert so sonst war da meine ich nämlich nichts mehr ja dann würde ich sagen jetzt wo es mal ein bisschen heller ist und direkt das nächste Wildschwein auf uns aufmerksam wird was war das denn für eine Aktion hier gerade ähm ich verabschiede mich gleich nachdem ich das Wildschwein hoffentlich gefangen habe ja mein erstes Wildschwein nach so langer Zeit oh mein Gott so jetzt kann ich aber endlich mal hier rausgehen und mich verabschieden und äh zehn Minuten zu spät nehmen wir dann auch endlich mal unseren Termin wahr die wir vorhin gemacht haben ja okay ciao bis zur nächsten Folge ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren